Wir gehen ein bisschen malen, den Picasso anschmieren und so weiter. Was sollen wir machen? Not for the paint hurted. Get created with paint in the vault. Das können wir machen. So viel Farbe hier. Mal schauen, wie viele Punkte wir brauchen. 150? Boah, das ist aber viel. Was sollen wir hier machen? Gehen wir auf den da. Ja, fall um, fall um. Genau, machen wir Punkte, dann kriegen wir den Smashbreaker. Genau, so und los geht der Party. Schwanz hier. Bumste, bumste. Diesen Raum werden wir jetzt umkriegen. Okay, ich kreieren, dass es rauskriegen wird. Jetzt schmieren wir alles voll, Leute. Wer schmiert der Pferd? Man kennt das. Ja, Smashbreaker haben wir. Oh Gott, wie soll ich in die Fahne treffen, wenn da lauter Dreck rumliegt? Das ist doch schön. Ja, das ist jetzt blöd. Richtig? LOL! Airdrop! Geil! Das war ein schöner Schuss. War zwar Zufall und Glück, aber naja, hin und wieder kann man Glück haben. Ey, der war gut eingeloggt. Also, das muss jetzt Platin geben. Ey, den Raum habe ich da umdekoriert. Aber so richtig. Oh Baby, das gibt's. Scheiß. War es nur Gold? Ich dachte Platin. Aber schön umdekoriert haben wir den Raum. Sieht cool aus. Man merkt, ich war hier. So, Amerika. Was haben wir hier? Back Alley. Bäh, mag ich nicht. Das ist Hinterhof. Running to the bathroom. Oh nee, before time is out. Das ist wieder so eine Zeitmission. Ja, das nervt. Ich hasse diese Zeitmission. Ne, die sind so ungut. Zeitmissionen sind in jedem Game scheiße. Wir müssen da durch. Das heißt, ich muss mit Smashbreaker die blöde Tür aufmachen. Oder mit den Bomben. Noch schlimmer. 30.000. So. So, Bombe. So, rüber. Und dann zünden wir auf. So, da müssen wir durch jetzt. Hier werden wir ein bisschen verspüren. So, wo ist denn die Flagge? Oh Scheiße, wir haben Zeit. Ich muss mich beeilen. Oh, die Flagge ist ja da draußen. Oh Scheiße. Wie soll denn da hinkommen? Was will denn zu der blöden Flagge kommen? Ich schieße mal in die Menge da rein. Ich muss Schaden machen. Da wird mein Ball. Ach, hüpft doch nicht so blöd rum. Wie soll denn das? Hüpft der Ball hier blöd rum und kostet mir nur Zeit. Was ist jetzt am Scheißhaus? Nein, das wird nicht reichen. Wie viel brauchen wir hier Punkte? Sicher mehr, wie ich habe. So viele Punkte habe ich jetzt nicht. Doch, Silber. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Wieso im Hintergrund gerade das Scheißhaus ist. Verstehen jetzt war da ganz eine andere Map. Aber okay. Ja, das ist komisch, dass ich das nur geschafft habe. Das wundert mich. So, weiter. Das ist natürlich nice, dass wir das geschafft haben. Aber auch ein bisschen komisch. Ungute Map. Australien. Wir haben den Workshop. Da waren wir, da waren wir schon mal. Ja. Use Global and Time Bombs. Ja, I love it. I love it. So. So. Horatius. Moinsen. Ey, jeder der jetzt reinkommt, der wird es von mir hören. Was hältst du von meinem genialen Titel? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Guck mal. Und erst im Nachhinein ist mir bewusst geworden, wie geil der Titel ist. Alles fit bei dir? Ich habe es ganz kurz ausprobiert wegen der Steuerung. Und zwar F ist Nahkampf. Also du spielst PC, nehme ich an, Neo. Ich habe das mal auf Maus 5. Dann habe ich sofort brutal angefangen und ich muss sagen, ich kann mich nur nicht entscheiden, ob ich brutal spiele oder normal. Ich habe da aber eine Frage, was ich noch nicht ausprobiert habe, Neo. Kann man während des Spiels den Schwierigkeitsgrad verändern? Weißt du das? Das wäre, wenn du das wüsstest. So, wir legen hier jetzt eine Bombe. Da drüben legen wir eine Bombe. Ja, das wird locker hier. Das ist machbar. Coole Mission. Da unten können wir eine Bombe legen. Am Tisch könnte man eine Bombe legen. Oh, hoppala. Da hinten legen wir noch eine Bombe. Das ist die letzte. So, wo ist die Flagge? Da hinten irgendwo. Oh nee, ich bin am Dach oben. Scheiße, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ach, scheiße. Ich habe mich aus Versehen aufs Dach geschaut. Das ist doch Bullshit. Ja, in die Freiheit. In die Wüste. Scheiße. Alter, das habe ich auch noch nie geschafft. Die Punkte reichen. LOL? Die Punkte reichen? Ja, aber da kann man mehr schaffen. Leute, das probieren wir nochmal. Also, das ist billig für Bronze. Ich habe aus Versehen aufs Dach geschossen. Also, das war ein Missverständnis. Kann man dieses Schweißgerät hier zufällig platt machen? Das wäre geil. Nö, kann man nicht. Okay. Also, warte mal. Das ist eine Gasflasche. Gasflaschen machen bumse bumse. Ja, ja, genau. Ey, ich sehe nix. Geweckt. Ah, jetzt ist das Ding vor mir. Ich glaube es ja nicht. Okay. Okay. Das ist zwar ein bisschen billig, aber okay. Wir werden es so machen. Nee, jetzt bin ich am Boden gelandet. Ach, scheiße. Ja, ich habe Scheiß gebaut. So geht das nicht. Mal schauen, wie viele Punkte ich jetzt kriege. Aber so viel können das nicht gewesen sein. Ach, so schlecht ist es ja gar nicht. Naja, was heißt so schlecht ist es? Es ist beschissen, was ich hier aufgeführt habe gerade. Nee, nee, nee. Das ist nix. Wir müssen die Gasflaschen zum Schluss machen. Ganz einfach. Und dann läuft es auch. So, Gasflaschen zum Schluss. Ja. Jetzt habe ich wieder nicht geschaut. Wie viele Punkte? 45, 9. 130, 4 Kohlen. Böö, das schaffe ich doch nie. So, machen wir mal das dann. So, Bombe. Dann da drüben. Bombe. Hier. Bombe. Das Telefon ist mir schon immer am Arsch gegangen. Hier. Hier auch noch ne Bombe. So, dann am Tisch. So, am Tisch bin ich jetzt nicht. Da drüben machen wir noch ne Bombe. So, das ist die letzte Bombe. Und jetzt schau ich, dass ihr die Gasflasche nur trifft. Es gibt nämlich wesentlich viele Punkte. Genau. Boom. Läuft. Wo ist jetzt mein Ball? Lol, ich bin unter dem Tisch gelandet. So ne Scheiße. Bin ich nur oder was? So, jetzt bin ich mal wieder oberm Tisch. Wo ist die Flagge? Hier. Okay. Pass auf, da ist doch noch wo ne Gasflasche. Wo ist denn die? Das hört sich an, wie wenn die neben mir ist. Da ist doch noch wo ne Gasflasche. Seht ihr die? Wo ist denn die? Oder habe ich die schon gesprengt? Hier schaut's ein bisschen aus. Kann hier jemand mal aufräumen? Was ist denn das für ein Saustall? Geh mal da rauf. So. Letzter Kleber. Jetzt machen wir einen Airdrop. Boom, Digger. Rein da. Airdrop. 20.000 extra Bombe. Stigel in. So macht man das. So. Und jetzt bitte Gold. Danke. Krieg ich's? Krieg ich's? Krieg ich's? Brauch ich's? Boah, noch mehr. Noch mehr. Oh, 2000 Punkte fehlen wir und ich glaube ich hätte Gold. Ne, ich hab Gold. Geil. Ja, dann fehlen wir 2000 auf Palatik. So. So, egal. Wir machen weiter. Nächste Mission. England. Okay. Was kann man da Schönes tun? Wir können die Queen wieder ärgern. Das ist schön. Ram apart. Smash antike Tables and Chairs. Hm. Also, Tische und Stühle antike soll man jetzt der Queen zerlegen. Das ist doch was Feines. Das bin mir sicher. Das kriegen wir hin. Das werden wir doch locker, zackig, flockig hinkriegen. Sagen wir mal so. So, wie sieht's hier aus? Smash Breaker, Smashdown, Flagge, Bucket Blast. 45.000, das kriegt man hin. Aber 300.000 für Gold ist ein bisschen brutal. Hier sind überall diese Kübel. Da müsste ich drin landen. Dann darf ich... Okay, ich bin drin. Ich hasse das mit den Kübeln. Das geht mir so im Arsch. Ja, wie soll in die... Wie, Nullpunkte? Würdest du mich verarschen? Ich soll doch in den Kübel. LOL. Was ist das denn? Was ich so weiß, soll ich in den Kübel sogar? Komisch. Egal, egal, egal. Wir machen das schon. Wir machen das schon. So. Hauen wir mal die Stühle und die Sessel hier hin. Wir haben einen Smash Breaker. Der ist schön. Der ist schön. So, jetzt wird man bewegt. So, komm her da. Komm her da, du Stuhl. Ich mach aus dir einen Stuhlgang. Jawohl. Alles kaputt hier. Jawohl. Die Lutze nehmen wir mit. So, zurück. Oh, nicht da rein. Das muss auch noch... Das geht mit drauf. So, wo ist denn die Fahne? Wo ist denn meine Zielflagge eigentlich? Fahne gesperrt. What? Willst du mich verarschen? Wieso ist die Fahne gesperrt? Muss ich mehr Randau machen. Die Fahne ist erst frei, wenn man eine gewisse Anzahl von Punkte hat. Was ich allerdings nicht verstehe. Ich hab doch die ganzen Sessel hier ruiniert. Da müsste ich doch die Punkte kriegen. Das ist eine komische Sache. Oder ich muss in so einen Kübel rein. Das kann natürlich auch sein. Ja, da drüben sind auch noch Sessel. Ach, komm. Das sind ein Haufen. Na schön. Diese Bucket-Dinger da liegen. Ja, nee. Ist klar. Oder was? Alter. Das ist eine doofe Challenge. Ich weiß nicht recht, wie ich da Punkte zusammenkriegen soll. Dann haben wir jetzt Punkte. Da hat's doch gecleared. Und wo's cleared ist Damage. Also, krieg ich... Och, brumm. Nicht mal einen Smashbreaker kriegst du. Den Smashbreaker kriegst du erst, wenn du eine gewisse Anzahl an Damage hast. Also, ich... Keine Ahnung, wie da vorwärts kommen soll. Vielleicht in die andere Richtung oder so. Komm, zeig mal. Was ist denn da hinten? Da können wir was machen. Da können wir was machen. Läuft. Wie, Fahne gesperrt, Alter, ihr Idioten. Ey, gib mir die scheiß Flagge, Mann. Ach, jetzt ist das nervig, die Mission, ey. Dummerweise kommst du nicht weiter, wenn du den Scheiß nicht machst. So, jetzt muss ich doch echt Punkte kriegen, wie der Johannes hier. Und? Smashplay. Och, nee, schon wieder. Nee, du kriegst hier keine Punkte zusammen. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Keine Ahnung. Vielleicht in so einen Scheiß Kübel rein, aber das passt ihnen ja auch nicht. Das habe ich vorher probiert. Was könnte man noch vermanieren? So, das muss jetzt aber reichen. Das gibt's doch nicht sonst. Na also, so, Smashbreaker. Komm. Hier ist einmal Ruhe im Karton. So, rüber da zu den anderen. Da drüben sind die restlichen. Oh, hier ist eine andere. So, jetzt bin ich da rein. Darf ich jetzt nochmal? Ja, okay, so geht das. Jetzt haben wir's. So, jetzt schauen wir mal. Hier ist die Flagge. Die ist neben mir. Oh, da sind immer noch viele Tische. Da drüben. Gut, dann randolieren wir hier mal. Das geht's. So, weiter. Weiter. So, da bin ich jetzt drin und dann darf ich nochmal schießen. Ey, das ist nicht der Fiese. Die mag ich nicht. Wow, aber den habe ich ja eigentlich mitgenommen an den Tisch. So, jetzt darf ich nochmal schießen. Einer ist nur über. Oh Gott, die Mission. Warte mal da drüben. Wo ist schon die Flagge? Okay. Gut, dann gehen wir da rüber. Den gehen wir auch noch mit hier. So, wir sind wieder zum Hügel. Ich haße jetzt solche Missionen. Wow. Hier wurde die randoliert. Smash Breaker Hammer. So, ich darf nochmal schießen. Ich hab's wieder rein. Was macht man noch? Okay, nein, ich stelle da gerade aus. Ich muss es lang. Der darf nicht überleben. Jedes Mal, wenn ich lande, muss ich da in so ein Ding da rein. Dann darf ich nochmal schießen. So, irgendwie geht das hier. Oh ne, scheiße. Smash Breaker. Aber wir haben genug Punkte. Jetzt muss ich nochmal einlochen. Wenn ich jetzt treffe. Und das wird doch wohl möglich sein. Na? Scheiße. Das ist nicht so leicht, Leute. Kacke, ich glaube, ich schieße daneben. Hier ist so viel im Weg, dass ich das nicht ziehen kann. Das ist immer ein Problem. Ich treffe die Fahne nicht von hier. Doch. Wow. Und ich habe irgendeine Soße oder so eine geheime entdeckt. Das ist auch cool. Also jetzt haben wir Punkte besaucht. Weil das läuft auf jeden Fall. Oh ja, aber für das kriege ich jetzt Platin. What? Silver? Alter, das ist doch Minimum Platin wert. Diese Mühen. Ich habe mühevoll randaliert hier. Na schön. Ich gebe mal einen Moment. Ich habe hier was gesehen. Retour. Okay. Jo. So, wo sieht man... Ey, wir haben zwei neue Sachen. Okay. Also die Great... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018